Willkommen bei Bending and Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Lights Off. Und wir spacen zum Start. Und es ist geil, wenn die Maus noch auf deinem Media Player ist und plötzlich die Musik losgeht. Mach die mal aus und drücke im Spiel. Space to start. Nacht 1. Super. Für die Zahl hat der Fond nicht mehr erreicht. Switch all of the lights and go to bed. So mein Ding. Hör mal. Aber auch ein harte Pixel geben, Alter. Ein harte Pixel geben. Schön. So, okay. Na ja, dann machen wir erstmal Überlicht aus. Das kann ich ja. Das mag ich. Das kann ich tun. Ach, ein harter Tag. Die ganze Zeit war ich heute Lampen wechseln in so einer Wohnung. Mann, Benni Knülle. Jetzt aber ab ins Bett mit mir. Nachti, nachti. So, was ist? Oh Gott. Da oben. Der Dachboden. Ne, gehen wir hin. Hey, aber das Lampenwechselgeschäft lohnt sich für mich. Und es ist lukrativ. Weil ich habe nicht nur Bäume in meiner Wohnung zu stehen, sondern ich habe einen wunderbaren Billardtisch, der auch keine Löcher hat. Das ist eine Spezialenfertigung. Ah ja, eine schöne Grafik. Absolut 257. So. Ist jetzt hier das Schlafzimmer drin? Ne. Egal. Ab ins Bett. So. Gut, Leftblick. Ah, okay. Interessant. Alles klar. Wir müssen versuchen also einzuschlafen. Nachtnummer 2. Okay. Meine freie Säge, ich schwöre dir. Ständig die gleiche Wohnung, an der ich die Glühbirnen wechseln muss. Das kotzt mich an. Ich habe versucht, mich da hinzulegen und zu schlafen, aber das hat auch nicht funktioniert. Ah, schön, schön, schön. Ich kann ja mal auf einmal keine Tür öffnen an das Tür. Gut. Bitte? Hallo? Ja, da muss ja wohl was hier mit der Elektrik nicht ganz stimmen. Mach das aus. Ah, ich will doch nur ins Bett. Kleines Schläfchen machen. Das wäre schön. So. Vielleicht nochmal. Alexa, Licht. Ja. Alexa, Licht aus. Game over. Spiel beendet. Schön. Erstmal eine Ruhentour. Läuft da erstmal wie ich mit dem Boot. Nix gegen Pixel. Ja, 2.5.7. Herr Jünger und ich, wir sind tatsächlich große Freunde des Pixel-Games. Irgendwie. Aber ich denke, das war auch von 2.5.7 nicht so gemeint. Okay, wir haben bedeutungsschwangere, unheilvolle Musik. Irgendwas hechelt da oben. Naja, war ja klar, dass das jetzt die ganze Zeit nicht so soft wird. Würde ich aber auch jetzt unten nicht weiter anfangen mit Licht ausmachen. Ich würde sagen, auf dem Dach bohnen. Ich würde mal sagen, auf dem Dach bohnen. Ich mag Pixel-Games. Besonders Pixel-Adventure-Spiele. Ah, 2.5.7, Alter. Willkommen in der Familie. Kann ich mich nicht umschauen? Ist mir egal. Ich bin geschlafen. Okay, irgendetwas wird... Ist mir egal. Ich schlafe. Ich bin. Ist mir wurscht. Ja, also irgendetwas wird uns definitiv vom Einschlafen nachher abhalten. Die Frage ist, äh... Wie viele Nächte muss man denn hier schlafen? Gibt es da so einen Highscore? Ich habe 18 Nächte geschafft. Ich habe 503 geschafft. Aber so mit drohender Musik ist das schon eine andere Nummer irgendwie, finde ich. 99. Achso, ich dachte... Ich dachte, du kommst jetzt mit so einem Flachspruch. 69. 60. Äh. Also kann hier... Es ist tatsächlich durch die Lampen relativ hell. Und ich kann hier nur so ein Schemen erkennen. Aber irgendetwas steht hier an meinem Baum. Ich mach mal nochmal Licht an. Ich sagte, ich mach nochmal Licht an. Ich mach nochmal Licht an! Okay, geht nicht. Dann, hey, mach dein Ding. All klar. Hier einfach rüber auf den Panel, ah? Cool. Tschö, cool. Ah! Ah, wie viele Absil... Werden das im Trepp-Simulator? Oh! Okay, das ist... Oh, das ist unheimlich. Das ist punktlich unheimlich. Kann man nicht anders sagen. Oh, ey. Wenn das immer so einfach wäre, wa? Einfach... Einfach Augen zu machen. War da was? Nö. Ach, Ladebalken ist fast voll. Puff. Und einschlafen. Ach, das wäre so geil. Nein. Nein. Es gibt eine Sache, die ich noch schlimmer finde als Mannequins. Dunkle Räume, in denen man sich nur sofort bewegen kann. Let's wait. Let's wait. One waiting for eternal summer, from the closet it can tell, one ascended to the heavens, one stands at the gates to hell. One waiting for eternal summer, from the closet it can tell, one standing to the heavens, one stands at the gates to hell. One waiting for eternal summer, from the closet it can tell, one ascended to the gates to hell. Okay, ich möchte schlafen gehen. Warum kann ich nicht schlafen gehen? Kann ich denn... Muss ich denn die Trille ausmachen? Oder... Oder... Oder was ist... Oder muss ich hier... Muss ich auf dem Dach bohnen? Nee. Was ist das? Das ist primitiv? Was stand da? Was? 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 Ach so, jetzt einfach... Jetzt auch so beim Knipsen. Ach, der Müll. Ist einfach einschlafen. Kann man machen. Na klar. Ja, meine Wohnung sollte schon immer mal ins Dunkelkammer sein. Wunderbar. Schön. Schön, schön, schön. Ist auch geil, weil sich halt einfach so ohne Erklärung einfach rinschmeißt. Einfach so, jetzt halt rot, jetzt hast du Kamera in der Hand und man hinterfragt doch nicht. Man sagt doch nicht so... Was sind... Was sind denn meine... Was sind denn meine Intentionen? Warum soll ich das denn tun? Vielleicht schlafe ich aber ein Licht ein. Ah, hab ich gerade einfach kleine Baum erschrocken da. Wieder einmal. So, das ist jetzt hier Lichtfarbe Amsterdam oder was? Schön. Death visits preemptively. Was heißt das? Tod besucht die Privilegierten oder was heißt preemptively? Sorry. Kann ich ja nicht mehr aussprechen. Oh, Klumpatsch. Das Klumpatsch. Kommt denn her? Ah, er kommt näher. Er kommt näher. Präventiv. Tod besucht, präventiv? Schön. Oh nein. Das schaffe ich nicht. Klumpatsch ist vorher hier. Oh nein. Oh nein. Ha, ha, hi, ha, hu, ha. Ich schaffe es einen zu schlafen, ich schaffe es einen zu schlafen. Der will nur spielen. Nee, will er nicht, der will kuscheln. Der will großeläufig sein, ich sehe, komm. Ha. Ey, ich mach jetzt. Das ist so bescheuert, Alter. Das ist so bescheuert. Warum? Jetzt mal. Guck mal, der ist schon mit dem Fuß auf dem Bett. Schuhe aus. Und? Was jetzt? Oh, wir haben jetzt Ohrhechelt von hinten. Ist das ekelhaft. Oh, dann ist es schief, hoff. Sei jetzt ruhig, wir schlafen. Fenn doch einfach. Ja, ihr Lieben. Das war Lights Off. Ein Niveau vor dem Spiel. Niveau verpräsentiert. Wie immer von Benny und Steve. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Lampe an. Ja. Und seid wieder dabei. Beim nächsten Mal. Wenn ich hasse es. Es ist so beschissen. Es ist abmods, anmods. Es ist ein Graus. Es ist ein Kreuz. Ja, ihr Lieben. Das war Lights Out. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Einen Daumen da. Zwei Daumen. Als wenn man zweimal Daumen drücken könnte. Benny. Was ist denn das für ein Murks hier? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst von mir aus ein Abo da. Helft dem Kanal zu wachsen. Und wir sehen uns beim nächsten Lamphaus machen. Bis dann. Ciao. Ciao.